Wesley Vizzers, er hat nämlich heute auch ein Video gedroppt, Winning the Arnold Classics 2024. Let's go Freunde, wie sah es bei Wesley aus, vor der Show. Boah, junge Gänsehaut-Intro, leck mich am Arsch. Sehr starkes Intro-Alter. Junge, der sieht einfach perfekt aus, ne? Ich hoffe, der bekommt jetzt auch den Hype, den er verdient hat, weltweit, international. Nicht nur bei uns. Erinnert mich an Seabarm Vlogs. Die Musik und der Aufbau. All righty, it's game day today. Für die geilste Stimme auch, ne? My competition will start in a few hours. I already had my victory breakfast. And for the Dutchman at Ovo Ben-Haus. EA Sports, it's in the game. Wenn ich den treffe, ich sag dem Wesley, bitte sag das einmal in meine Kamera rein. Das ist der wichtigste Start der Tag. Wenn ich den Freakfest habe. Das ist die gleiche Zache als gestern. Und ich halte mich zwischen diesen Zache. Aber ich habe nur zwei Zache vor dem Show. Ich wöge auf 7.00 Uhr. Und dann zwei Zache. Das Zache ist drei Stunden später, das ist der erste Zache. Und dann habe ich zwei Stunden plus. Und dann habe ich immer noch ein paar Zache. In diesem Fall mit mir. In case es dauert länger. Aber du willst nicht den Stimme auf der Stelle. Also, ich wöge mich selbst. Und ich versuche, dass ich ca. 111.6kg bleiben. Wenn ich das auf der Stelle 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 auf der Stelle. Dann weiß ich, dass die Formel perfekt ist. 111. So right now I am 111.3kg. So if I eat this, I will be close to 112. And then automatically by diuresis. Which is why I am still adding protein here. Which causes a bit of water loss. We will hit the jackpots exactly at 12.30. I am going to eat this. And then prepare for going on stage. Da gibts da leckeres. Fisch und Reis oder was. Da bin ich auch ein Fan von. Farbe selber auftragen. Ich habe schon mehrere Wettkämpfe gemacht. Fast 15 Stück. Und ich habe zweimal Tanning gebucht und zweimal war es scheiße. Als ich es selbst gemacht habe sah es immer am besten aus. Du hast da meistens einfach so wieder so Leute am arbeiten die einfach keine Ahnung haben was sie tun glaube ich. Machen die Farbe viel zu dunkel oder zu hell oder keine Ahnung fleckig. Und wie fühltest du Marnie? Ich fühle mich gut. Ich bin begeistert. Ich hoffe für das beste Ergebnis. Und wahrscheinlich... Ich mag auch diesen neuerländischen Akzent beim Englisch reden. Hört man direkt aus. Hört man direkt aus. Es ist wirklich ein Ergebnis. Was er wirklich verdient hat. Ich hoffe, dass die Juden ihm einen guten Platz geben. Er sieht toll. Er sieht fantastisch. Für mich ist er Nummer 1. Süß. Aber wir werden sehen. In ein paar Minuten. Auf Hours. 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 in previan und Gláticственно. Und sie hat후. Hört man in den Chat. Hours. Ich weiß nicht, wann er die gewonnen hat. War 2.19 Santa? 2.20 Santa? Ich versuche es hier zu erkennen aber steht kein... nein...steht leider nicht, das ist ja oder Glátia. Warum bin ich blind? Nee. Ist doch da bist du. Ja. Sam Zulek am RVX, wo er auf dem Stand stand. Nachher kommt die Offen, ja. Ich penne in Köln, ja. Boah, Junge. Auf der FIBO, ja. Junge, Junge, Junge. Hier sehen wir das Ganze nochmal in einer richtig guten Auflösung, Mann. Mein schwerstes Gewicht war ein 117. Aktuell habe ich 104. Digger, maßne Condition. Boah, die Brust wie durchgestreift und alles. Wahnsinn, ne. Auch der Lad, eigene Postleitzahl. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurz Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall ESM.com. Dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal. Unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer-Way-Protein. Und schaut auch unbedingt auf OACE vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links immer in der Videobeschreibung. Und weiter geht's mit dem Video. Ah, jetzt sieht man die Streifen im Gluteus. Sehr geil. Ich bin 1,79 m, 80 m, ungefähr so. Aber diese Lautstärkeunterschiede in den Videos gehen mir auf den Sack. Mal leise, mal laut. Ah, brachial. Verdient. Gerecht. Richtig geile Condition. Egal ob Oberkörper, Unterkörper. Das ist Maximum. Maximum. Also was der da mit Stefan rausgeholt hat. Unfassbar. Onkel Jacek, grüß dich mein Lieber. Ne, es war gerade nur die Präsentationsrunde. Also die Küren der Open Guys. Jetzt ist Bikini dran und Men's Physik. Und das ganze Finale kommt noch, Freunde. Dauert ungefähr noch eine Stunde, eineinhalb, denke ich mal. Hier typische Arnold-Pose. Geil, jetzt sehen wir auch nochmal Urs in besserer Qualität, Ramon und Brian. Ramons Talie ist auch krank. Und die verschwindet einfach. Ja, hier sieht man auch nochmal der Frame von Wesley im Oberkörper. Ist einfach brachial im Vergleich zu Ramon sogar, ne. Und das ist alles. Ein, das ist einfach so. Und der Blöck wird ja noch mal da. Dann bin ich mal da. Ja. Ja kein Mal da. Dann bin ich ja. Dann bin ich klar da. Und das ist einfach. Ich bin ja. Ich bin ja. Dann bin ich klar da. Dann bin ich sicher. ich finde da gefällt mir irgendwie Ramon am heftigsten wobei ja die Doppelbizeps von Brian ist über krass ich hab's jetzt hier verdeckt aber guckt euch das mal an da die ganzen Details im Rücken der Unterkörper brachial aber ist halt bei ihm diese Spannweite die der hat bei Wesley ist einfach irre deswegen damit hat er richtig gepunktet ich hab gerade Rücksprache mit Heiko Kallbach der hält mich hier auf dem laufenden Bikini ist vorbei, Men's Physik ist jetzt dran also es wird doch nicht mehr so lange dauern Bizeps Peak von Brian Ainsley auch brachial, guckt euch das mal an hier, Wahnsinn Digga richtig heftig das ist ein bisschen nicht mehr so lange dauern wie gibt es und das ist was wie die verstreifen von ramon auch heftig wenn er die beine durch bei der bauchbeine pose guckt mal jetzt jetzt wie plastisch aber auch bei uns bei allen und die ganzen teilung bei west ist heftig ja das hatten wir gestern schon das thema mit dem zimt ich denke das einfach nur was für wirklich für richtige uhrs fans die sich das hinstellen wollen die dort dann so stehen haben richtige uhrs freaks so als als ich meine einfach so wie so was wie merchandise ja aber auf dauer ein mann freut sich alter ja wie geil das ist wenn ihr auf der bühne steht und wisst es ist eure beste form und es sitzt alles und ihr seht einfach perfekt aus nicht zugelaufen sondern prall trocken und ich bin seit dem halle Vaskulär, das ist einfach, Junge, wenn alles am Tag X glatt läuft, das ist das beste Gefühl. Und es ist echt schwer, das genau auf diese Zeit zu peaken, auf Tag X und auf Stunde X. Ja, das war wirklich sehr, sehr irre, zu Recht gewonnen, das Ding, haben wir auch gestern alle so im Stream gesehen und beziehungsweise gesagt, die Jungs hier im Stream und auch in den Kommentarfunktionen auf YouTube und auch was ich so mitbekommen habe, jeder hat gesagt, es wurde zu Recht gejudged, da wurde nichts falsch gejudged und das ist halt das Geile, dass da keine Politik im Spiel war. Also wirklich, der Kumpel hat auf jeden Fall das Ding verdient. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei ASN.com vorbei mit Rabattcode William, sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal, beispielsweise auf ein leckeres IsoClear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch zwei Wochen, .com ist jetzt online, da könnt ihr euch aktuell drei verschiedene geile Designs sichern, alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei OAS.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch dreimal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online, alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Schaut auf jeden Fall.